Würde euch ja auch nicht die ganze Zeit damit langweilen. Äh, speichern wir den Scheiß? Kann ich so einen Scheiß speichern? Ja, hier. Möp. Achso. Nee, komm, geh weg. Geh weg. Gut, äh, dann würde ich sagen, ziehen wir uns den Scheiß doch mal rein. No, wie. Ich hab's eben ja gemacht. Wie hab ich mit... Ich wollte das eben mal nochmal aus dieser anderen Perspektive für euch sehen. Hier steht ja auch so ein Scheiß. Ähm. Was willst du? Du sollst hier... Ich will das sehen. Äh. Ach ja, genau, hier oben. Machen wir so, dann so und jetzt so. Ja, man kann ja auch so viel sehen. So gefällt's mir. Äh. Achso. Mann, und dafür hab ich so viel Eintritt gezahlt. Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, achso. Die sind noch so lang. Meine Lesose. Boah, noch mehr Droge. Und aus. Hat was. Hat was. Wir haben was geleistet. In paar Minuten. Super. Haben wir mal wieder. Oh. Bin geflasht. Es ist Licht. Ich war kein Licht. Ich mag Bäume. Gib mir Bäume. Boom. Ich sagte Boom. 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 So. Der Eingang existiert nicht mehr. Das haben wir jetzt auch erledigt. Ich glaube, ich baue mal eine Achterbahn. Äh. Was könnte ich denn mal schönes bauen? Gigabahn. Gleiterbahn. Ein Hershey Stormrunner. Ja, super. Moment, ich kenn das Lied. Ich kenn das. Ach ja, ich glaube, ich glaube, das ist Allegro oder so heißt das. Müsst ihr gucken. Ich schreibe euch das Album irgendwo rein. Und dann könnt ihr euch selber die Lieder rausgucken, die ihr haben wollt. Oder die ihr mögt. Oder was auch immer. Falls ihr euch überhaupt konzentrieren könnt bei meinem Gelaber. So. Mal so. Ähm. Hat der denn keine Ketten? Offensichtlich nicht. Ach ne, ich glaube, die Dinger laufen auf dem Motor. Ja, ich glaube, die laufen so. Kann mich aber auch irren. Ich kann mal wieder schlecht sein. Äh. So. So's. Ne, Quatsch. Äh. Shosh Man. Ihr kennt ja natürlich alle den Shosh Man. Also wer jetzt nicht den Shosh Man kennt, der hat bei mir verloren. Wow. Ne, ich will eigentlich was, was nach unten geht. Äh. Okay, nach unten ist wohl grad nicht. Gehe ich halt so nach unten. Äh. So. Mal gucken, was das für ein Knoten wird. Das wird ein ziemlich kranker Knoten. So viel kann ich sagen. Ähm. Ne Schleife. Geht nicht. Geht auch nicht. Halbschleife. Geht ebenso wenig. Okay. Oh. 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 Ja. Knoten. Ne Schleife kann ich jetzt? Das funktioniert niemals, aber es ist mir gerade irgendwie sowas von egal. Ich will hier einen Knoten machen. Ich will hier einen Knoten machen. So. Leute, ich gebe euch einen Rat. Wenn ihr irgendwann mal in einem Freizeitpark seid, fahrt nie mit einer Bahn, die ich gemacht habe. Das ist so eurer eigenen Sicherheit und so. Drehung. Ne. S-Kurve. Was ist denn das? Okay, ja. Mach einfach mal. Spiral-Lift-Hügel. Geile Scheiße. Hä? Aha. Okay. Und wieder runter. Hier gibt es eine Kotz-Attraktion nach der nächsten. Eine Kotz-Aktion, wenn man schon will. Boah, das funktioniert sogar. Oha, und wie das funktioniert. Passt mal auf, am Ende funktioniert die Bahn gar nicht und ich baue das hier alles umsonst. Geil. Telefon. Gut, dass es das alte Telefon ist, was mich am Arsch lecken kann. Ich gehe nur noch an das, was hier neben mir steht und mein Handy. So, ich muss ja sagen, bislang sieht das Ganze hier sehr kacke aus. So. Ähm, kann ich hier denn noch? Ja, ich kann eine Schleife oder so eine Halbschleife. Aber ich kann diese nicht zu Ende führen. Das ist natürlich sehr Traumadrama. Wieso kann ich die nicht zu Ende führen? Wieso geht die durch sich selber? Boah. Leute, das ist echt ein einziger verfickter Knoten. Da fährt kein Schwein mit. Da fährt echt kein Schwein mit, Leute. Da fährt niemand mit. Und wer da mitfährt, ist geistesgestört und krank. Sag mal, kann ich nicht auch in den Boden bauen? Kann ich sogar. Oh mein Gott, jetzt wird es pervers. Jetzt wird es pervers, Leute. Ich habe die Möglichkeit gefunden, unter der Erde zu bauen. Die Welt hat ihren Untergang gefunden. Es war ich. Es war ich. Tor. Äh. Ne, ich komme da so oder so nicht raus. Verdammt. Äh, was habe ich da jetzt? Ich habe sowas, ne? So. Ähm. Da kommst du nochmal kurz raus. Und. Ähm. Komm. Raus hier. Nein. Andere Richtung. Oder? Äh. Lieber in die Richtung. Genau. Shit. Doch passt. Ich übertreibe jetzt gerade einfach mal maßlos. Und da könnt ihr mir ruhig verhassen. Ganz ehrlich. Ich will einfach mal übertreiben. Der Doktor. Der Dok hat mir das empfohlen. Dok, stamp es. So. Pass ich da durch? Oh, schade. Wieso nicht? Ist da? Würde mich noch nicht mal mehr wundern, wenn da was entdeckt. Ach so, weil da das. Streckenteil so sein muss. Okay, genau. Jetzt aber. Ja, Dry Penis. Kann ich jetzt hier irgendwie. Okay, ich muss in die Richtung. Äh, so. Ganz ehrlich, wer damit fährt, ist Geistes gestört. Guckt euch dieses. Ding an. Ganz ehrlich. Und jetzt lese ich wahrscheinlich gleich Kommentare wie, also ich würde da mitfahren. Okay, das sieht aber auch ein bisschen kacke aus, wenn das so. Ach, egal. Seit wann setze ich auf Schönheit? Mal ganz ehrlich. Danke. Na, 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 na. Na, 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 na. Kann ich eine S-Koron noch nicht? Ja. Ja, müsste sogar passen. Na, nicht ganz. Ähm. Mal einfach so. So. Oh. Oh. Okay Wer will Runde mitfahren? Wer traut sich? Oh, jetzt wird das lustig Wow Alter Wieso das denn jetzt? Hä? Das Ding hat doch keine Ketten Oder läuft das auf Startgeschwindigkeit? Hä? Wieso jetzt? Ich verstehe es nicht Ja, also Ich würde der Bahn auch so eine schlechte Bewertung geben, ganz ehrlich Es gibt doch hier keine Ketten Oder habe ich in die falsche Richtung gebaut? Äh, nee Es sind keine Ketten Wieso denn das Ding so Hä? Ich verstehe es nicht Wieso fährst du nicht? Mann, bleib da Wieso zeigst du mir denn an, du Ding? Ich dachte du läufst irgendwie auf dem Motor Fährst du auch fest automatisch oder so ein Bock, Mist? Äh Ich würde sagen jetzt wieder 10.000 Leute Ja, jetzt wird das machen müssen Dies und jenes und so Nee, aber hell Was für Hölle Ähm Doesn't fucking work Schade eigentlich Die fällt ja auch von alleine los Oder Moment mal Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, aber Ich meine, Versuch ist es wert Ich muss hier nämlich mal was ausprobieren Meine Güte Es bleibt so Ja, das hier auch weg Weg, 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 weg Weg, weg So Und jetzt nochmal so Is not possible Lass mal stecken Lass mal so Und jetzt mach mal hier Gib mal Gas Oh Gott Wieso? Es gibt hier keine Ketten Hä? Das Ding läuft weder auf Grundspeed Also auf hier Startgeschwind Ich hänge hier halb auf meinem Tisch, ey Das müsst ihr euch mal Ihr müsst mal sehen, wie ich hier hocke Ja, ist hocken Das kann man schon nicht mehr hocken, denn ich hänge hier Aber wieso zur Ich weiß nicht mal, ob ich den Scheiß überhaupt hochladen soll Ganz ehrlich Ich hab einen Startblock, ja Das ist ein Startblock Muss ich dir ja irgendwie dir so So viel Highspeed reinballern Reindröhnen, dass du da hochballerst oder was Blockbremsen Hier Warum eigentlich nicht Ein Versuch ist es doch wert Ich glaube hier ist die Blockbremsen drinne Hier Mach Hacke Aber nicht so In die Richtung, du Pansen So, dankeschön Jetzt Jetzt Ich fühl mich verarscht vom Spiel So, was muss noch One Ding Ah Schafft er nicht Fuck it Ah, ich hab so Bock da jetzt mitzufahren Das ist so dumm Die Bahn nicht zum Laufen, ey Scheiße Boah Lasers Ja Und ja Die Bahn ohne Ende Resource Wee Moment mal, komm ich da irgendwann hoch? Ich glaub, der kommt da irgendwann hoch Alter Eine Fahrt dauert ein halbes Jahrhundert Nee, der kommt da nicht hoch Scheiße Nee, das packt er nicht Äh, was? Nein Ich hab noch nie Idee Ich wär ja nicht ich, wenn ich keine Ideen hätte So, nochmal eine Ich hab noch nie この